Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge League of Legends Case Opening und zwar heute mit 13 Kisten, erstaunlicherweise haben wir mehr Schlüssel als Kisten, habe in letzter Zeit mehr Schlüssel bekommen, die ich dann craften konnte als Drohnen, die ich bekommen habe, fang mal an, wir haben den geilen Skin, Pulsfeier, oh, der ist nicht schlecht, der Bestienjäger, Trinder mehr, der ist nicht schlecht, Pulsfeier, Asriel, ich glaube das wird heute so das Ziel sein, ich glaube in den Kisten dürfte was, oh, so, so, jetzt machen wir, wir haben schnelldurchgang, öffnet 10, Katharina, super galaktische Shyvana, der Skin ist auch geil, oh, dunkel, äh, Diana, okay, der sieht nicht schlecht aus, den habe ich schon, den habe ich auch schon, oh, der ist süß, habe ich aber einen besseren, hehehe, na, ah, geil, DJ Sonas geht, geil, okay, das ist echt geil, den habe ich schon, noch ein Irelia Skin, den habe ich auch schon, oh, Alter, zwei Ultimatives, oh, geil, öffnen wir noch die letzte, oh, Entschuldigung, ja, und, oh, ein Edelstein, ein Gemstone, mal wieder, das kann ich jetzt herstellen, der da ist, geil, ah, die lassen wir mal so, weil es kommt jetzt, naja, Champ raus, und dann können wir den rerun und den gleich bekommen, ich könnte mir zwar auch kaufen, aber, jo, den haben wir, das heißt, den entzaubern wir, den haben wir nicht, den haben wir, den entzaubern wir, den haben wir, entzaubern wir, den haben wir auch, entzaubern, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, so, was können wir denn aktivieren, zwei neuen brauchen wir für einen von den Skins, wir haben überlegt, den kann man noch umwandeln, warum man denn, der sieht jetzt halt schon geil aus, ich hab ne besseren, jetzt haben wir schon zwei neuen, jawohl, werten wir doch gleich mal DJ Sona auf, absolut geil, nice, DJ Sona Skins schon mal gesichert, und jetzt würde ich einfach sagen, wir reroll, beziehungsweise doch reroll die einfach mal, und gucken, was für ein geiler Skin dabei rauskommt, ja gut, ein Phönix-Quinn-Skin ist jetzt nicht so toll, jetzt haben wir noch den Puls-Fire-SR, der ist schon auch geil, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, gehen wir noch mehr erfahren, was geht's, den, und den habe ich jetzt, ja super, super, so, heute mal etwas schnellere Folge, auf jeden Fall haben wir DJ Sona bekommen, absolut geil, und Phönix-Quinn, Richtig geil Also muss ich sozusagen finde ich richtig geil Jetzt wissen wir Was wir noch machen Ich kaufe mir jetzt noch eine Kiste So Und noch Das da Truhe und Kiste Dann können wir noch zwei aufmachen Öffnen wir die noch Just for Ilaui Warum Gehe ich jetzt Champions Das ist jetzt schon Aber egal Es hat sich auf jeden Fall gelohnt Dann sage ich ciao Bis zum nächsten Mal